oder eine auffahrt aber eher beides das heißt ich könnte hier ja ans netten irgendwo und dann eigentlich eine abfahrt bauen wie haben wir es mal ich würde jetzt aber schon nach unten gehen wieder vielleicht ein bisschen zu viel nach unten noch ein bisschen ich habe das schon gerne in einem einigermaßen schönen winkel das ist schon fast zu heftig hier werden wir so und dahin haben könnte hin haben sieht nur irgendwie vereckt aus das ganze zu heftig nicht verstehen würde was mich hier stört wird das sogar was ich jetzt nichts dagegen mich hier unten noch durch ohne da irgendwas schlimmeres auszulösen sieht danach aus wenn ich da noch mal alles nette ich würde dann noch mal nachbessern ich fange hier unten an so und zwar sollte das ein bisschen einfacher werden ich komme hier runter das heißt ich muss hier das wird noch spannend hier das wird wirklich noch spannend frage ich mich wie ich das anschließen soll dann aber vielleicht muss jetzt nach oben das bis hier hin vielleicht auch nicht bis hier hin ich mache das jetzt weg soll schon einigermaßen schön ausschauen das ganze das ist ja ich bin ich ja auch noch mal zum ersten ich nehme mir keine das ist ja ich bin natürlich passiert ich nehme mir große jetzt sind da die neigungen nicht sogar ein bisschen nach oben gegangen aber es wird mich jetzt nicht mehr so stören dass ich würde das so lassen es gefällt mir nur muss ich jetzt schauen was passt da kann man jetzt in die stadt rein aber raus wird hier ein bisschen schwierig weil ich da versetzt bin das heißt ich muss hier zwangsläufig müsste ich auf die seite rüber das heißt eigentlich kommt das hier weg das hier auch hier würde ich sogar das auch weg machen dann einmal hier terraforming hier oben kleiner sollte hinhauen ja doch ein bisschen platz dass wir da schön was rein ziehen können und jetzt schauen wir ob das ganze funktioniert wenn ich jetzt von hier komme so und das ganze natürlich wieder ein bisschen absenken jetzt bin ich da wirklich zu hoch nicht zu weit weil ich würde hier schon werden wieder bisschen über die straße dann kommen da habe ich da gehe also über die straße würde ich so auf alle fälle kommen das wäre schon mal gut muss ich nur schauen wie ich hier den übergang schaffe ohne das ganze unschön aussehen zu lassen wie sieht das aus wenn man den check den 3d check das würde ich jetzt so schon mal nicht so schlecht finden allerdings ist die steigung nicht richtig dann muss ich noch mal nachbessern es ist raus habt auf alle fälle gepasst bis dahin circa so und jetzt gehen wir hier einfach schon mal ein bisschen runter 0 vielleicht klappt es schauen wir mal wenn wir nicht hin kriegen ich muss hier auch ein bisschen platz machen wir hier eine möglichkeit haben rein zu kommen schauen wir ob wir das hinkriegen keine sekunde zu spät das ganze sieht im hintergrund schon in großem stau so und wie sieht das hier jetzt aus wenn wir das hier so unterbringen also die brücke an sich wird mir schon gefallen wäre gut aber ich würde die auf alle fälle noch ein bisschen untersetzen wollen also die höhe würde jetzt eher passen ich würde es fast so schon mal in ordnung gehen lassen und dann machen wir hier jetzt ganz einfach eine einfahrspur kriege ich das hin vorn gehen wir eh schon das wäre sogar praktisch wie ich das hier ein ungültige form sagt mir sich wahrscheinlich hier wieder hier schon rein interessante kreuzung aber er ist hier reingekommen und ich krieg das nicht mehr weg muss das ok jetzt hat es geklappt naja glück gehabt glück gehabt machen wir das jetzt doch noch ein bisschen ordentlicher schon gerade pausiert haben das ganze oh ja es gefällt mir jetzt nicht schlecht es sieht gut aus würde ich mal behaupten wollen das gefällt hier unten müssen wir jetzt ein bisschen nacharbeiten das ist natürlich nicht so günstig also zebrastreifen kommen hier auf alle fälle weg brauchen wir nicht die ampel war will ich auch nicht hier haben hier machen wir ein rechts abbiege verbot ich denke das dürfte eigentlich schon mal klappen probieren wir mal wir gleich schon benutzt wow der rettungswagen zieht mal eine ordentliche geschwindigkeits schleife hinter sich her gut ausgesehen okay das läuft schon mal dann würde ich da gleich die eine ausbesserung auch schon machen wollen und zwar da ordentliche beleuchtung an machen so und jetzt die andere seite das wird jetzt auch interessant werden ich müsste hier fast schon unten raus das heißt eigentlich wenn ich hier noch mal terraformen darf und mir hier die höhe nehme ich werde hier raus müssen das heißt wenn ich jetzt hier starte wenn wir einfach noch ein bisschen platz schaffe müsste ich da eigentlich recht gut hoch kommen können hier müsste ich jetzt eigentlich schon hoch gehen das ist ein bisschen heftig was ich davor hatte wie ich da schon ein winkel in der vielleicht schon passt könnte sein muss ich jetzt aber wieder ein bisschen snapen sonst wird das nix schauen wir uns das mal an nee geht nicht machen wir das anders starte mal kurz hier das war zu niedrig ich kann man sehen müssen geht auch noch nach oben ich muss hier fast noch über die brücke drüber ich sehe schon über die andere strasse darüber muss ich aber höher bleiben also ich mache da wirklich mein das ist eine auffahrt könnte schon recht knackig werden aus Wir versuchen es einfach mal, das würde gehen, ich darf nicht zu weit nach vorm aus, also das sieht schon mal nicht so schlecht aus, das stört mich fast ein bisschen, dass der Betonklotz da so weit rüber kommt, aber es wird genutzt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, ups, jetzt habe ich einen Baum entfernt, probieren wir das einfach noch mal von hier, ich komme hier raus und mache hier schon ein bisschen was an Steigung, das sollte machbar sein, ja, drüge da sogar noch ein bisschen mehr Steigung hin, eher nicht. Zu viel des Guten, mhm, 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 okay, jetzt eine schöne Kurve hinkriegen wir an der Zauberei, und die ganzen Snaps weg. Das ist zwar heftige Steigung hier, aber ich glaube ich kriege die noch ein bisschen nach unten. Okay, der Knick gefällt mir nicht so, ich sieht es mit der Steigung aus, es ist die Steigung, wäre okay, hier noch ein bisschen geschmeidiger und die Sache hätte Kopf und Fuß. Noch mal schauen, hier rein snappen, die Kurve wäre zu knackig, brauche ich jetzt doch noch kurz die Snappoints. So, bitte hier snappen, ja, okay, jetzt haben wir es. Okay, einmal nach oben und dann nach rechts. Jetzt, wenn möglich, nicht connecten. Nicht connecten. Versuchen wir es von hier. Wie sieht das aus? Nicht unbedingt sehr schön. Also der Teil gefällt mir gut, hier wird es jetzt richtig knifflig, das so hinzukriegen, dass das nicht problematisch wird. Und schon einmal überlegen, ob ich soll... So, die Kurve noch weiter rausziehen. Sollte hinhauen. Hier wird wieder ein Huckel, den will ich nicht. Genau den will ich nicht. Ich muss da nochmals ein bisschen weiter zurück revidieren, sonst wird das hier zu knapp. So, und wenn ich jetzt nach unten gehe, noch eins nach unten, dann dürfte das doch nicht mehr snappen müssen. Okay, da gehe ich zu weit nach unten. Das ist jetzt eine blöde Situation hier. Richtig doof. Jetzt wird es effektiv zu steil, das Ganze. Jetzt machen wir es anders. Ich starte hier. Komme hier her. Und mache hier den Punkt. Wie sieht der aus? Oh, heftige Kurve, aber die wäre jetzt nicht so unmöglich, würde ich mal sagen. Okay. Okay. Ja. Wer von mir aus jetzt genehmigt, sie zwar... Oh, das ist nicht genehmigt. Das nicht. Das schon. Einmal auf Null, denn dann könnte das klappen. Ne. Der mag den Hügel hier nicht. Hier haben wir es nochmal. Das war zu weit. Moment. Wenn ich eine bessere Ansicht nehmen würde. So zum Beispiel. Ne. Da passt zwar jetzt der obere Teil. Auch nicht 100%. Immer dasselbe, denn ich komme immer. Ein kleines Teilstück wird mich dann immer wieder aus dem Konzept bringen. Nein. Oder? Es ist... Wie verhext. Warum macht der hier den Hügel rein? Das verstehe ich nicht. Versuchen wir es nochmal so. Könnte auch hier schon mehr Steigung abfallen lassen. Ich muss hier aber noch ein bisschen Höhe behalten. So, snapper jetzt wieder weg. Die stören jetzt. Wie haben wir es denn hier aussehen? Okay. Okay. Ich mache doch den unteren Teil nochmal neu. Okay. Okay. Noch ein bisschen nach unten. Ich muss hier hinhauen. Ich muss hier schauen, dass ich nicht mit der Straße kollidiere. Das wird eine Herausforderung. Ja. Gut. Gute Kontrolle. Gibt es doch nicht. Es muss doch gehen. Ich will hier einfach eine ganz normale, schneidige Anschlussmöglichkeit. Okay. Komm schon. Lass mich den Winkel finden. So. Nach oben bitte. Ja. Ja. Ich sehe nichts. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Was macht ihr jetzt hier? Okay. Also die Steigung an sich würde passen. Das hier würde auch passen. Das würde ich auch gut gehen lassen. Das geht auch in Ordnung. Ich würde es fast probieren wollen. Allerdings hier muss ich noch ein bisschen nachpassen. So. Sonst wird das hier nichts. Mal schauen, ob ich das so wegkriege. Okay. Jetzt sieht es besser aus. Ich glaube, das könnte man so stehen lassen. So vielleicht einen kleinen, dicken, dann nach rechts schieben. Ne, das wird schlimmer. Nach links. Wird es auch nicht besser. Ah, ja, ja. Immer solche kleine Dinge, die einen hier komplett aus dem Konzept bringen könnten. Können werden tun. So. Und jetzt nochmal rechts abbiegen. Also links abbiegen verboten. Nur die Spur. Okay, das passt. Die Ampel machen den Weg. Effekt. Silberstreifen auch weg. Jahoi. Okay. Das hier gefällt mir auch noch nicht. Ist hier eine Vorfahrtstraße raus wurde. Aber ich glaube, das wird sich legen, das Problem. Und jetzt nochmal hier unten das Ganze nochmals versuchen. Wichtig zu connecten. Wichtige Straße finden. Und dann haben wir hier die Kurve. Das geht gut. Machen wir mal den Weg, wo wir auch immer gesnappt haben. Gerade. So. Und das gute Stück drehen wir jetzt um. Okay. Halleluja. Und diesen Zebrastreifen müssen wir auch weg machen. Den brauchen wir hier auch nicht. Ansonsten sieht es jetzt nicht schlecht aus. Die Ampel hier brauchen wir auch nicht. Ist hier eine Ampel. Weil hier ein Zebrastreifen auch entstanden ist. Den brauchen wir auch nicht. Somit ist das alles in Ordnung. Haben wir hier Lampen drauf. Ich glaube nicht. Okay. Jetzt haben wir drauf. Sieht gut aus. Und läuft das jetzt auch. Probieren wir mal. Öl. Müsste eigentlich. Müsste auch recht gut angenommen werden können. Zumindest mal für den Verkehr der aus der Stadt raus muss. Und hier hinten haben wir ein großes Problem. Ja. Das habe ich mir gedacht. Luftverschmutzung. Und das zieht sich jetzt hoch bis ins ganze Wohngebiet. Und warum? Wahrscheinlich, weil wir hier Ölindustrie angesiedelt haben. Ja. So ist es. Die frisst sich jetzt hier extrem nach oben. Schade eigentlich. Das wäre so ein schönes Wohngebiet geworden. Was machen wir denn da? Eliminieren oder die Industrie umsiedeln? Ich wäre ja fast dafür, die Industrie dann umzusiedeln. Wo hätten wir denn noch Öl vorkommen? Also hier ist natürlich ein riesiges. Hier ein kleines. Hier ein kleines. Das ist jetzt sehr ungünstig. Österreich überlegt, das Wohngebiet hier hin umzusiedeln. Wird dann von der Windrichtung her auf alle Fälle kein Problem mehr sein. Könnte das renaturieren. Wäre möglich. Schauen wir uns auf alle Fälle dann noch an. Die Nachfragen an sich sind jetzt alle richtig gut gestiegen. Ich glaube es sieht allgemein jetzt momentan nicht so schlecht aus mit unserer Stadt. Holz wird auf alle Fälle auch gut produziert. Ich sehe gerade keine grösseren nennenswerten Problemchen. Wir machen auch ganz gut Profit inzwischen. Da haben wir die Wende geschafft. Wir haben heute auch richtig gute neue Infrastruktur geschaffen. Auf alle Fälle gefällt mir. Auch dieser Bogen hier, der ist richtig gut gelungen, finde ich. Und werde jetzt noch ein bisschen was formen hier, dass das jetzt gleich nicht ganz so extrem rüberkommt. Jetzt teilweise sieht das ja richtig schick aus hier. Und somit bleibt eigentlich nur noch ein bisschen was an Büschen zu platzieren und so. Dann würde ich sagen, wäre das meiste eh schon geschafft hier. Eine schöne Blumenbuschwiese unter der Brücke ein bisschen. Der neue Fußgängerweg hier wird auch schon rege genutzt. So soll es sein. Für das mache ich es ja. Dass die Leute die Wege auch nutzen. Das taugt mir. Gut. Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder vorbeischaut. Und ja, inzwischen alles Gute und bis dann. Tschü! 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 Untertitelung des ZDF, 2020